Mach's dir nicht all zu schwer. So viel Schüler. So viel Schüler auf einmal. So, ja. So, ein bisschen Wischi-Waschi machen, so. Ja, was ist das? 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 Schmisch und... Ja, ich mein... Sie sollen sich nicht wohlfühlen, ja? Sondern, sie sollen nur trinken. Ich zeig dir, wie das direkt da ist. Da ist ein Blume und da geht's ja schon da. Hallerei, Hallerei, ne? Ja, ich bin mir da noch. Moment, ja. Wie soll's denn da alles am Boden von dem Tafloser? Ja, ich weiß auch nicht. Danke! Bitte, ja. Also, ich hab ihn gesagt. Na, eben. Ja, eben. Schnorchel, wir fangen wieder da an. Könnt ihr euch ein bisschen näher treten? Ich mein, es ist ja nicht so, dass die, wie in der Schule ist, erst drei Platz drei? Frisch gewaschen. Frisch gewaschen, frisch geputzt. Muss ich so weit gehen weg dir? Schia, Michel. Ja, ja. Jetzt mach ich den Schäufer vor. Nein! Gehen! Nein! Ja, da geht ja richtig was ein. Und nix mehr? Ja, da geht ja richtig was ein. Jawoll! Ja! Was machen das jetzt? Zeichen für Übung abbrechen? Zeichen für Übung abbrechen. Übung abbrechen. Was? Jawoll! Ich hab's nicht das erste Tag geht, weiß ich. Ich wollte was sagen. So? Hahaha! Ich kann's machen beim Postbus. Ja? Ja? Du rennst doch vom Postbus, Beatle, oder was? Ja, genau. Eins! Er hat irgendwer mitgezahlt überhaupt. Zwei! Ah ja! Zwei! Zwei! Auferee! Ja da kann man das jetzt machen.